Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe ihn angemacht und mit ihm geschlafen. Sie waren nicht verknallt, Sie wollten nur wegen des Buches mit ihm schlafen? Am Anfang. Dann gefiel mir, wie er es macht. Sie spielen gern Spielchen, oder? Ja, natürlich. Sie haben keine brauchbaren Beweise. Sie lügt. Um was geht es in Ihrem neuen Buch? Ein Polisofficer, der sich in die falsche Frau verliebt. Was passiert dann? Sie bringt ihn um. Lass die Finger pannieren. Sie haben ihr den Verstand verloren, Karen. Wir haben nur das, was ich für richtig halte. Sie wusste, ich bringe sie vor Gericht. Und sie wusste, mir würde keiner glauben. Die hat ihr den Kopf verdreht, Nick. Sie weiß Dinge über mich, die ich nur dir erzählt habe. Was ist das für ein Gefühl, jemanden zu töten? Sagen Sie es mir. Nick, ich spiele es mit dem Feuer. Und er stand drauf. Grenzenloses Verlangen. Du bist völlig willenlos. Wird zur Besessenheit. Sie verführt Menschen. Das verdanke ich dem Untersuchungsrichter. Sie poliert Menschen. Keine Bewegung. Wie viel hat sie dir bezahlt? Du willst dieses Spiel? Dann komm her! Michael Douglas. Sie weiß, wo sie mich treffen kann. Der neueste Film von Paul Perro. Das Spiel ist aus, Nick. Basic Instincts.